jetzt warten wir mal kurz so willkommen zu einem neuen stream hier auf meinem kanal heute werde ich mal mit euch bis zum shop zocken ich würde mich freuen wenn ihr alle dabei seid ich kann natürlich nur mit drei anderen leuten noch weiter spielen aber trotzdem würde ich mich freuen wenn ihr mit wenn ihr alle dabei seid jungs bin wieder da hallo ne gott nicht momentan noch nicht ja ich glaube auch so schien noch kurz den link in die whatsapp grobe rein so mal schauen jetzt bis jemand reinkommt in den stream wo er jetzt jetzt geht ab lasst mich keine leichter morin vor wie das war schon mal gern leichter ich hoffe ich geht es allen gut erster ja erster jungs michi tyson ja soll ich dir schicken weil ich schicke den mal jungs lässt mich gerne schon mal alle leichter wenn ich mich sehr drüber freut wie geht die hand ich nicht zart mal kurz bis alle mal hier einfach nö nö ja lass mich gerne anleiten ob ich mich darüber freut ja und jetzt hast du was discord nee ich telefone gerade mit den anderen über facetime ja hm nein cod nee ich habe kein cod michi schickst du zu mir gell meinen link hm ne einfach nö ja was zocken wir wo bleibt denn jannik keine ahnung wo bleibt tim ist die frage freil mich auch jannik spieler kreativ tim machen wir tim das letzte mal online tim 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 it okay jetzt bis gleich höre ich habe keine ahnung wo Jim bleibt leichte ich hab keine ahnung wo days entschnewait dont jannik spieler krep bis auf privat Ja. Welche Nachrichten? Nö. Warte mal. Der Maul. Der Maul. Äh, Janik kann ich nicht schauen, Fabi, weil der Gruppe auf Privat saß. Jungs, lasst mir schon mal gerne noch alle einen Like, da würde ich mich sehr drüber freuen. Der Maul. Ich will Toilettenpapi, Alter. So. Menschen, Tim Moin, Moin Paddy, Moin Tim, Moin der Durchfallmann. Kreisbewegung. Tobi, Alter. Was ist Tobi? Nee, damn, okay. Seh, Tobi. Diese anderen Bewegungen, ja. Moin Philipp, was geht ab? Moin. Ich nicht, aber was geht ab? Bist du nicht im Stream dabei? Nein. dann warst du in einem streaken, hä? ja, Trillin ist ein streamer haben wir diese anderen Bewegungen, Kreisbewegungen ja, Tobi, wahrscheinlich Kreisbewegungen, oder? der ist richtig fame der hat schon 1700 Abonnenten ja, der Durchfall ist im doppelten Sinne schlecht doch, TikTok ne, TikTok, äh, YouTube Digga, ich krieg, ich hab jetzt, in, seit ich mich wusste, hab ich nur geschraubt, wenn der Drecksklade kommt jawohl, einfach ein Ausgub, so einfach sag wohl, dass, wenn er mich sieht, Mashallah sagen soll Mashallah, einfach der Hübsche achso, äh, Fabi Fabi, Fabi, Rüsi, ist auch nichts von der Bann nein oh, je, Gott was macht Fabi? ja Fabi ist auch nichts von der Bann was warst du, Fabi? ey, ich wusste grad nie, es ist ohne Bann ich hab grad gar keinen Bock auf Creative, was zock ich denn, Alter? Jungs, schreib mal rein, wenn im Team Solo eins für Solo, zwei für wenn im Duos und drei für wenn im Teams einfach reinschreiben aber gib mir bitte einfach unter diesen Curferspieß zwei minus fünf schreib mal rein, wenn im Team eins, eins, holo, zwei wenn im Duos, drei wenn im Teams diese Curferspieß Jungs, ich soll jetzt nichts mit Curferspieß reinschreiben ich soll jetzt reinschreiben, was ich zocken soll kennst du Marian? welchen? Marian? ich kenn einen aus meiner Schule 123 Enya Lara moin Enya was geht? ja, das schmeckt gut schmantere fremdsköfte spielt Enya, was geht? Enya, lass mal noch mal telefonieren und die mir grad richtig hops genommen, Alter mal komm, ich spiel mal rein, wenn im Duos Jungs, welchen Skin soll ich mal hier aus dem Shop kaufen? entweder den hier, schnader endlich genau so gut wie Kalmar oder den Skin ja, machen wir jedenfalls dann heißt er Pastella oder Pastella oder ähm Plüschiger Rabauken Sella fände ich jetzt nicht so geil also entweder Pastella oder oder Kommando der arme Osterse nein nicht die Ente die ist so festlich junge Ente lieber der Hase ja der Hase kostet 3300 B-Bucks und wenn zum Beispiel nach dem Shop jetzt ähm Ding reinkommen sollte vielleicht Golfschläger bin ich gefegt, Alter ja 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 besser an skin äh ich nehm ja lass Aura nehmen dazu nein ha das wär zu geil Parzeller Jungs lasst mir schon mal einen Like da oder Mädchen würde ich mich sehr drüber freuen und natürlich ein kostenlose Abo kostenlose Abo die noch kein Abo gedroppt haben ja das schaut kalt aus ich mach mal bei einem Duos aber wir machen die 9 Likes voll 9 Likes easy Teil doch mal gern den Stream mit unseren Freunden und zeig die schon alle rein kommen Ich meine in den nächsten 5 Sekunden ich abonniere den Likes wird euch Xata eigentlich ein kräftes Spiss geben Hallo Hallo Junge nur solche Typen alter nur solche Typen alter Tja diese Musik ja die Jungs die Musik fühlt ja richtig oder Echt in Stunde Nummer kurz Echt in Stunde Nummer kurz Keine Ahnung was das für ein Musik war Jungs aber es war auf jeden Fall keine deutsche Musik weil die eigentlich sofort erkannt und Xhada verflucht ja man, ich war fit Platz 1 Spotify, ja Jungs Platz 1 Spotify, ja Jungs oh, es kann man nicht mehr dass du es kaputt hat das nicht das vorteil ist dadurch kriegst du mit sondern durch kannst du was bauen ja ja er niemals ja 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 Moin Fabi der warte und was ein Hund Alters heute glauben wir doch nicht meine Pam Schockgarten MT1 Jungs, lasst man schon mal alle noch mal einen Like da, die noch keinen Like da gelassen haben. Junge. Junge, Teammate, Alter. Kill ihn doch. Hier. Oh, so verzeichnet ein Abo, müsste nicht gehen. Jungs, danke für 10 Likes, Alter. Ehrenhaft. Junge, wie schlecht, Alter. Egal von mir, war es auch nicht gut geplayt, aber trotzdem. Danke für 10 Likes. Kalt im Stream auch gerne mit euren Freunden. Danke. Kalt im Stream. Dish. 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 Das war schon mal in der Runde. Das war schon mal in der Runde. Wenn du mal den Pfannkuchen probierst, sag Masha da einfach der leckere. Das war schon mal in der Runde. 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 das ist ein kommentierter noch mal hier mal hier Tanzkatz und holz und lieber mehr auf die Welche ließen Ende season 2 oder schlechter du kannst auch so ich kann mich nicht aus also Kammer Chat entscheiden er will hin es kommt auf andere ich eingespielt bin oder ob ich einen guten tag habe fremdscham auf alle wissen hey jungs was bei euch gerade los nein nein beim chat die klassen du einmal die mords ausrufezeichen epic bitte in den chat jungen hier ging schon wieder so viele mit bis morgen nicht gefallen okay schreiben einfach morgen jungs einmal die mords bitte ausrufezeichen epic in den chat die weg von niklas sando mir es kannst mich gerne hätten das ist so lächerlich ich bin also wenn ich jetzt ehrlich bin ich bin nicht so der twitch fan ich war gerade bezeichnis da welchen skin hast du hast die gold ich habe mir gar kein sinn geholt ich bin auch überlegen ob ich mir überhaupt noch ein skin holen was ihr meint sowas aber die ente die sind geil die ente die sind auf jeden fall ja die schnatter ente ist echt geil der kiel ist die will ich mir sogar glaube ich holen ja wahrscheinlich ist ja weil ich habe eine anfrage bekomme ich gespielt was ihre meinung der zwölf fischers bohne welche zu was war ich zum überwinden der 3000 weil ich schreibe es in den chat ich habe schnell geschrieben weil ich habe schon gespeichert kein problem momentan acht zuschauer und davon schreiben zwei leute was nächste nächste gesicht aber erstmal nehme ich den typen seine nick so ja was willst du was euch dazu sagen so ich habe es reingeschrieben muss groß ja muss auch groß ich kann auch was schreiben ok floh ja warum wird mir das nicht angezeigt du musst mit zwei o schreiben ja habe ich ja hast du müsste ja eigentlich sein hallo ja alle noch das bütt ja hallo 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 mir werden tausende videos mit fucking booten angezeigt vielleicht jetzt ja ich höre ja ja jetzt müsste ich warte mal ja jetzt müsste ich warte mal einfach mal hinter den Namen Preise ein vielleicht hilft das eigentlich müsste man mich finden ich sehe den namen nicht mehr ja unter der kategorie boot Musst du Fortnite neu starten? Achso, ja, okay. Dann warten wir noch kurz auf dich. Ja, also, ich finde es. Ich schreibe da nochmal den Namen unten rein. Hallo? Hallo? Das hat sich aber nicht mehr geglockt, weil wir in dem Tunnel geschlossen haben, wenn wir ein Elternauge gemacht haben. So, ja, okay. Nick, also, ihr Jungs, weiß. Auf PC oder Laptop wird der Name erst nicht angezeigt. Achso, auf PC und Laptop wird der Name erst, also, erst mal nicht angezeigt. Schreibt keiner, gerade einer von meinen Mots rein. Jungs, wir spielen's alle no-skillen. Willi, irgendwas, was du falsch fühlst. Hä? Aber du hast da noch no-skillen. Hä? Du machst irgendwas falsch. Was? Hä? Ja, jetzt bin ich noch no-skillen. Ich kann auch noch n-skillen, aber... Ach, ja, warte. Ich wundere nicht viel übrigens, der selber nebenbei. Achso, okay. Lass dir jetzt mal, danke für den vollen Teststunden stehen. Ähm... Hallo, Benny Boy. Ja. Ich hab die Jungs. Ey, warte mal. Jetzt sind drei Streamer hier in der Lobby. Was ist los? Da muss ich absolut los. Dann lass mal, ja, Team spielen. Äh... Warum kann's nicht einfach still sein? Hä? Ja, drei Streamer. Ich kann auch zwei Streams gleichzeitig machen, ne? Ich will meine Follower... Ja, ich will meine Follower nicht. Hä? Was für Discord? Kennst du keinen Discord? Auch. Discord beste. Hast du einen Discord? Ja, ich hab Discord. Ne, ob du einen eignen musst? Ne, ich hab keinen eignen. Kannst du einen machen? Ähm... Zett wollte einen eignen Discord haben, aber ich glaub, die haben es wie so alle... Ist ja nicht der Einzige, den ich schon erstellt hab. Fabi... Tim hat nen Lapt... äh... Flo hat nen Laptor... Der, 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 der... Ja... 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 Was ist das für ne Banane? Habt ihr sie gerade gesehen? Keine... Keine Ahnung. Ich brauch... keinen... Puh... Wohin? Ähm... Ja... Da auch das wieder laisy. Hä das laisy hoppala. Nur halt dieses... Backpack oder was das ist. Richtig... Ding halt, wo du beim Rausspringen, beim Fliegen halt. Das schaut irgendwie aus wie Galaxy Skin. Was ist das für ein Backpack? Ja, das ist kein Backpack, das ist so ein Ding halt, dieses... Jungs, Chat, wie nennt man das? Wie nennt man das? Fluganimation. Ja, Fluganimation. Kondensstreifen. Ja, Kondensstreifen. Der schaut aus wie Ding, wie... wie Galaxy Backpack. Uh, auch. Oh Gott, wenn die Bomben ist, Gott. Ich muss nicht so, wenn der Manns entspannen will, dann ist das, wenn es... Ich muss nicht so ein Mögelmütchen... Wie heißt sie, heißt sie? Crazy Lana? Ne, Luna Lana und Antonesa. Achso, achso ja. Er liegt? Ja. Er liegt jetzt, wenn ich alles habe leise. Jo, direkt in die erste Truhe, Digga. Ne, ich habe auch schon eine Auge bekommen. Ich habe mit euch eine Schlage bekommen, Digga. Sind sie schon die dritte Truhe, äh, dritte... Ich bin neinander da, wo ich nicht darf, ne? Okay. Tim hat ich gar nicht irgendwas zurückgeschrieben. Ey, Philip. Ja. Lila. Äh, ich habe gehört getauschen? Ja, kein Problem bin ich dabei. Starling gegen aus? Ja, ich habe sogar noch ein Mini für dich, also... So ist es nicht. Ich habe gehört, ich bekomme beides davon? Mh, nein. Ich habe gehört noch eine 20 Euro von dir, ja? Nein, da behalte ich meine Sachen selber. Ich habe gehört, ich bekomme 20 Euro von dir keine, wenn ich dir den 7-3-Account gebe. Was zurückgeschrieben? Ihr habt ja schon was zurückgeschrieben, ob das kommt oder nicht? Das war mir auch nicht. Du hast gesagt, du... Ja, du hast gesagt... Das bin ja auch ganz was. Hab ich dir schon gesagt. Wie kommst denn aber? Ja, was streitet ihr euch über? Ich... Ich... Ich f... Ich will mich auch mitstreiten. Du willst ja einen guten zeiten, ich kann schenken. Welches... Also... Welches Kind... Schau doch mal mal. Also ich hab jetzt seit heute angefangen, deswegen. Welches Kind... Sind da drauf? sie kommen jetzt diesen drei also nix davor also keine wenige gräder kann wie kein expert wir können uns nicht nein aber es hätte das sein können ja bitte janik ja noch kommen sie ich bin dann gibt es mir bitte 100 munition wovon denn naja vom berg da hinten die werden jetzt alles kaputt der Lüge okay Rautmann dann muss ich auswählen los Kreis und dann jungs der andere team mit von denen kommt von richtigen großen haus ich glaube wir müssen die kriegen oder kriegt ihr die ja ich habe eine dass man nach ältersee das ist das auf mg einfach zu ihm rüber und sagt er so jetzt sofort in den streamen kommen was ist hat es was kann man für glück haben alter zweifel fische kann jemand nehmen was habt ihr gemacht hast du erlaubnis moin janni ausgehen ja ja ich bin nach der runde die anderen skin janik du musst dir mal vorstellen ich hat gerade jemanden in meiner duo auffüllen runde ein typen der hieß sie mich youtube janik monag das sind übrigens hier sind bandages und da drüben ist eine lagerung vor und die kiste wir haben auch die alle so wenig blühen ich habe mir das vorfahren wegen dir bekommen hey Leute vielleicht gibt doch mal ein bisschen Spaß, komm Digga fahrt nicht immer so epischer Digga, man kann auch ein bisschen viel mehr freuen ja ich werde wieder wichtiges Thema besprechen Jungs, ich sperre mich mit 10 nach dem Stream was? alles gut, ich rieche mich gerade im Chat okay, lass uns jetzt Jungs, warum jetzt, Alter warum jetzt mitten im Stream nur Mods im Chat es sind fucking 7 Leute drinnen davon schreiben 1, 2, 3, 4 oder? 1, 2, 3, 4, ja 5, 3, 4, ja, die sind gleich nicht, der hier nie bleibt ja ja, 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 nix, sagt ihr mir schon, ihr müsst bei euch ich probier´s mal ich probier´s mal geht nach, geht nach, geht nach gehen nach dem Auge ne der Bart gar nix für dich callen wo sind die? mein Puschen geh nicht ab, diese Bounce-Dinger hui 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 Junge schäme mal call me in die Kelle Junge ne was kann man find ich gut hab die alle hops genommen ich hab drei Leute gewollt und mein Geld ist safe ey DTV keiner fahr mal über dieses Bounce-Ding drüber hui ne dem ganze hier nicht ey Jungs nimm mal nick mit ne jungs telefonieren können ja später aber Timi können gerne später telefonieren wenn du willst geht nach vorne hat nur 36er ach so war das deine türen ich sollte nicht mehr fragen ich bin alles voll mit netz alles voll mit netz ich habe keinen bock mit denen ja warte hauptlocken Ja, 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 ne? Junge, Alter, hast du mich gerade erschrocken. Nick, du kannst mir auch was sagen, wenn du willst. Davon, das ist alles. Aber ein bisschen... Er war nicht sterben, ok? Wir brauchen nicht noch. Ja, hinter uns in seine andere Tür. Mit Tomiker! er heisst nur HV zu schützen oh nein, du hast ihn gar nicht 4 Jungs gehalten so viel Jungs wir holen jetzt einen erst mal wieder hoch okay ganz normaler Basis wir sind kommentiert viel hat jemand ich habe zwei Stücke ich muss erst mal nicht wieder hoch wir stellen es dann da muss ich bei hier ausrüsten bohren ja warum schießt du mit dem nie gern einfach mal aufmachen das denn ich hab ich hatte bis nun nicht so oft erst du dann überreif man kennt sich die erfahrung den nun spaß und eine reaktion hier ist noch ein wenig und das ist sind Jungs wo seid ihr denn schon wieder ich jungs der Jungs hatte dann Bescheid ich hab doch gesagt wir ich übereift Jo Nick äh können wir auch mit Lange die eigenen Bots ich hol mich noch hoch äh keiner, brauchst du einen Mod bei dir? hallo na was ist denn? brauchst du einen Mod bei dir ins Leben? ähm ne ich war eigentlich noch selten aber äh wenn ich über die 3,5 kommen äh Nick brauchst du bist ein Metz? ich hab schon einen Mod haben Baum mit Stein ja egal ich weiß sobald ich über die 3.500 kommen dann oh ist ein Mod oh what ja ich hab jetzt schon bei 100 h nein noch immer so ab 50 ab 50 verteidigt ja kann ja noch lange dauern ne hund wollen wir die Pushen gehen oder die Bühne wir haben das aus dem Bild der Dirk die die Senni die Saison die Wissen der Hälfte die Basisgebäude haben die Tiefkirche hat die ESE Gäme die Tiefkirche die Hälfte das ist einfach ohne den Rockets Nein, den Rockets haben sie von mir, den da sind und ohne von mir mir und das beste Kiste, Alter auch über uns Gegner, Nick Nick, hattest du keinen von, oder? Ja, aber... Fast wie Kate, weil Frauen aus kein Blond vs. Benny Boy Blond Das Biggie, Minis, Midi-Kid Ich hab den Bock auf die Leute Nein Shadowhunters, 13 darf man mitzocken, bitte Ja, Jungs, einfach ausrufe, Ani-Mods, Ausrufezeichen, Epic in den Chat Kann das nicht irgendwie auf die Detachram ausrufen, wie viel in Apple? Nightbot lässt sich zu Natürlich, natürlich Weil ich hab's jetzt schon übelst Danke für den Abo, Shadowhunters Philipp, ich bin schon Philipp, ich bin schon Aber Nightbot müsstest du's, sobald sie ihn richtig eingestellt hast Da ist du, Tits, YouTube und Pizza Was glaubt? Everyone Everyone heißt doch jeder, oder? Everyone, ja Ja, keiner Ja, keiner Ja, ich hab jetzt mal LW-Worn eingestellt Die letzten Zeiten mischt euch ein Hier sich Ja, ich hab grad auch bemerkt Ich trinke es so schnell im BG Ey, wie tut man eigentlich auch fucking YouTube live Das sind, das geht nur, wenn man Mod ist Hier Wo fighten den Junge, lass mal hoch Wenn man Mod ist, wie geht's denn bei mir dann? Ja, mein Nightbot Spinne rum Jetzt, jetzt probier's nochmal das Ja, buh Junge, Alter Ja, guck, jetzt UGH Ja, okay, jetzt, jetzt J Skinny, die haben alle abgeladen peacefully Wo zustudium 1 einer 25 dort sind auch noch gegner nee das kann ich nur noch aber hier unten da und kommt gleich wir kommen wieder hoch er braucht noch märz für mich viele er kommt er weiter 2.100 das 2.100 1 5 nein meine paar Pau die einmal schaut um euch das nicht so ein bisschen zohne und die verliebt werden mit so ein ganzes Team ist haben wir kaputt verkauft die Junge das ist ein ganzes Team Alter können wir nichts machen noch mal ah ja dann geht's dir hier spielen hier ist Spiele aus doch ist so hart in meinem Leben ich bin nicht gekratzt im Sandiger wie ist sein Anzeigename xx-filip 05 so ist mein Name Philipp wenn du Luft hast die müssen immer wieder wenn du Luft hast das grenzt auf die nächste Junge ist es überhaupt noch ein Team? Junge guck dir die an ja Junge was willst du machen alter du sie gehen raus an die Gegner GG Affendank das Spielziel aber das gefällt mir dir zwei Stück mit Minigern und zwei Stück mit Raketenwerfer ha ich bin jetzt was fragen sie dazu dass ich so noch mal an hab ist ja ist das so los Junge was für los äh ich kenne Leute die hätten das gewonnen wer du ich spiele es heute das zum Beispiel das Haus ja Jungs jetzt will jemand anderes mitspielen, ich geh´s mal aus dem Lobby raus, ok? Warum? ja weil jetzt jemand anderes mitspielen will Hallo? Ja, ein paar Hosen oder so? Ja, ok, dann einen schönen Abend noch, ok? Dir auch, oder euch, was gesagt, tschau ja das will wir noch skinn weg tun, alter Sars Schau da macht keinen Sinn, Philipp Herr, warum? Herr, wenn wir dann zu 15, dann muss ich rausgehen, weil es wollen, es will ja ein anderer auch mitspielen Hä? Jetzt können wir Nick noch einladen, wenn er Bock hat ein ganz wichtiges Thema, mit dem Yannick momentan präden ein Kumpel von mir und ein Mod von mir Achso, ich soll ja ein anderer Spieler Spiel doch mit denen jetzt, Gott, Tim Tim, hä? Tim, ich kapiere, Anzeiges Haus, hä? Jungs, ich habe hier gerade gar nichts mehr Alles gut, Tim Alles gut, Jim Ich habe hier gerade in der Lobby Die beiden haben gesagt, wir wollen ja weiter YouTuber fassen Echt jetzt? Ja Junge, egal Ich habe hier gerade in der Lobby Anfrage von X-Zombie-Girl-X Ich habe eine Frage, hast du mal einen Schuh, wo du am ersten Tag die ganze Zolle durchhattest? Aha Kannst du vielleicht ein bisschen lauter reden oder dann hetze ein bisschen an deinem Mund, weil du bist echt leise Besser? Ja, passt Ich habe ja ein original PS4-Headset Ja Und dann mit der Seite, wo ich rede, die tue ich immer hinter meinem Ohr, weil, keine Ahnung warum, nervt mich das immer ein bisschen Das mache ich auch immer Aber mittlerweile habe ich es mir beigebracht, dass ich das Headset ganz oft haben muss, weil sonst soll ich die Steps nicht so... Junge ist schon wieder ein Auge, Alter Was ist denn hier los? Liam? Ja Ah, hi Hi Jungs, bei mir Gegner Ganz wichtig Warte Warte Also, kann meine Tannen noch mal da sein und dann habe ich alles falsch brauchen Kann ich den Tannen Jungs, ich habe gerade fast gegen den Bot verkackt, Alter Jungs, ich verkack gerade gegen den fucking Bot, Alter, ich brauche Übershilfe Das ist das Beste Dass ich mich nicht wähle kann, also ich halt nicht leise, ich brauche unter meinetwegen Das ist das Beste, ich habe gerade für einen Bluch in mir Ich hatte ja kein Bluch, ich hab immer da in mir Ich kann ja den Modus gerade auf dem Rad gesehen. Ja. Warte. Einmal reinigte den Modus an den Modus. Oh, das soll ein Andacht-Leder werden. Ich hab ihn. Ich hab ihn gerutscht. Ich hab alle so Leder mit. Das hat eine Mega-Leder bei mir. Oh, der hat einen dicken Skull. Ich kann mir sagen, ob hier auf Erden was gegen den Babel steht. Ich kann die Modus hier, wenn du brauchst. Ja, komm mal. Ah, ich hab selber eins. Alles gut. Aber kann man nicht Medik jetzt auch werfen? Lol. Sag Liam. Also Tim leist auf TikTok folgen, weil er grad auf TikTok ist. Liam. 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 Liam redet mich halt. Liam hat sie die Sprache verschlagen. Nein, Tim. Ist auch keine Eigenwerbung. Alles gut. Also Tim, soweit ichs erlaub, kann mans ja auch machen. Aber wenn es halt dann zu viel ist, dann ist es scheiße. Liam, hörst du mich? Der ist nicht mit dem Game drinnen. Liam? Du bist doch gerade auf TikTok unterwegs, oder? Du warst doch gerade auf TikTok unterwegs, oder? Ja. Dann folg mal Tim-Nice. Auf Ehre. Ich hab keinen TikTok. Oder hab ich keinen TikTok? Sobald ich mal, dass ich nur noch TikTok habe, oder nicht? Hey, ist das dieser Fortnite-Skin? Also sein Profil? Ja, das ist dieser, ja. Welcher Fortnite-Skin denn? Iris. Das Iris-Paket. Das Profilbild hat er von mir geklaut. Weil ich ihn mal geschickt habe, oder? Weiß gar nicht, Tim. Ja, nein. Ich hatte ja ein anderes Profilbild. Ich hatte ja ein anderes Profilbild. Ein vorner Profilbild. Ich hatte so ein anderes Profilbild. Ich hatte so ein anderes Profilbild. Ich hatte so ein Anime-Profilbild. Aha. Ich sehe dich auch auf TikTok. Was? Nee, das war von Google. Wie mich? Ich habe heute noch meinen alten YouTube-Namen. Ich habe meinen Kanal in Toki-Buhl. Um Ende nur. Okay. I don't wanna make it don't go crazy Oh, Jungs, Ehre, Heavy Sniper, ich gerne I don't wanna make it don't go crazy Seine Ehre genommen, der hat zwei Headshots hintereinander Komm, ich verkaufen Dieser Gegner, der dachte sich auch nur so Wie? Wie hat der Dach geschockt? Da denkt er sich nur so, was für ein Hacker, der hätte ich so easy hopped gemacht Das würde er sich jetzt gerade denken Ich habe jetzt ein Ohrwurm wegen diesen Leiden Niemann Tzettel Prozent Tzett geht es eigentlich wirklich immer auf Insta oder Tiktok tausend Abonnenten dann kann man trotzdem auf YouTube Kasten Games machen Jungen noch ein Zuschauer zu tun haben ein Wartner mit dem Ball hier tausend Abonnenten in dem Ort und ich bin die Platte ich habe gegen einen Ich hab 133 Also auf Youtube hab ich 133 Ich hab 3 Kids Ich hab 3 Kids M-M-M-M-S-A-L-A-R Na 3 Kids Ich hab 15 Kids Ich hab 15 Kids Chat ist noch jemand da Ich bin ich Telefon Ja, ich Zwei sind da Einer davon bin ich Zwei sind da es geht erst mal die mods haus johann alle mods kommt noch bitte in stream rein wo seid ihr hin kommt man in den stream rein und ich bin kein mod ich bin leider ohne mod und bin der der meisten lenken kommt das was er kommt noch hat er die aufgabe den fast den ganzen stream zu bleiben ja 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 meine ja gut um das die wir ausgewählt haben die bleiben ja wirklich wir sind jetzt gerade da ich bin nicht weiterlein enthäkern haben sie und leck elite unbedingt weiter teilen ein hacker namens eis auch wird sich am 13 also 20 2020 neue youtube-accounts hacken bis das streaming vermeiden danke ja an welchem tag streamen am 13 april junge der ist ja heute der 13 april easy nicht lehm und schiff 18 ok ja kein fähig bitte weiter teilen hinter mir gegner oder habe ihn hoch hoffentlich kann uns nicht begegnen und leckes elite ich glaube es ist der erste nur ab und leiter ist dann glaube ich sehr ist vorher glaube ich das nicht so eine eigenwerbung oder was so ein ding ist das bachschau da schreibt doch einfach nichts mehr an ja und wie viel einwärmung wird er dann machen die leute plus wow geil nein aber die m da schon mal wie ich gesagt hatte es sollen abrunden leichter lassen zeigt beweis schreibt mir über insta und leck elite mein insta name ist so schreibt mir gerne über insta und schickt mir beweis junge wasser jungs hier unten steht noch einer fließt jungs kommt jetzt kommt jemand bitte der baut die da ein spät auf das spät auf für die hat charlie d'amelio nähert nicht du kannst mich reifen den ding ist das pass auf pass auf findet ihr kommt noch einer aber du musst schnell machen du musst die schnecke jetzt jetzt einfach einfach gelaufen doch jetzt weiter kommt ja wahrscheinlich die weiter geht hier zu live einfach kumpel jetzt pass auf jetzt geht jetzt schnell ich meine karte ich will auch eine shotgun wieder haben und man ist gar nicht auch mal abonnent mitnehmen mutiger als kleine ich bin ich bin ich da mal nach dem wohnen und die kinder schlafen ja noch mal ich bin ich meine ehre verkauft mehr natürlich dass es nicht war stimmt sogar wirklich hey jungs was aber die für eine scheiße jannik schickt mir beweis über whatsapp jetzt keinen bock nachzugucken du musst wenn es geht kannst du ein bisschen monja zu alles wochen und wenn nicht dann gibt es nicht darf ich meine shotgun haben ich habe meine ich habe ich habe ich habe gar nicht aufgehoben nein ich meine ich habe ich meine ich habe ich brauche monja danke ich brauche monja für sniper und so und shotgun monja jungs drei leute noch nicht kannst du reden ok da kommt ja hier ja 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 und 3 Gegner 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 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 6 5 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 6 6 6 6 5 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 da kommt das das Spannern aber trotzdem unnötig in meinen Film reinkommen einschreiben dass ich los bin oder das ist lustig ist aber heißen verzeih dich ja komm mach doch ist doch so wenn ich so los bin dann sag mir bitte warum ich los bin okay dann wir schon wissen warum ich so los bin die wir wirklich hübschen ja Ich hab hier sogar nie... Oh, 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 ich hasse. Geh da bei mir. Ich brauch Hilfe. Wie war ich besser, wenn du bist für mich lost? Ja, warum bin ich für dich lost? Weil ich besser bin als du. Ja, dann... Können wir ja gerne wollen die One machen, weil dann sehe ich so. Ja, komm her. Hier. 7. Passt auf. Wir haben einfach gleichzeitig geschossen. Ach, warte. Komm, adde mich, dann können wir es ausmachen, wer besser ist. Weil dann sehe ich auch, wer besser ist. Nick, ich hab ein Mini für dich, wenn du willst. Kann auch ein Mini, aber... gar nicht rein. Nick. Ich so, ich komm schnell on and clap then. Schnell weiter, wieder. Jungs, das ist hilfbar zu rechnen. Was ist? Ich weiß nicht, aber... Ich hab einfach... verschwört. Wenn jemand anderes bekommen. Ich glaub, diese Typen haben mich halt einfach sogar... TTV, keiner Petroial Lobby. Auf einmal ist er leise, ich hab mal Angst bekommen, hat Chat. Aber... Aber Chat, wir lassen uns... Chat, wir lassen uns von... von sowas... Lassen wir uns einfach nicht... nerven, okay? einfach so welche Leute... äh... den... ignorieren, okay? Ey, wir haben... so kleine... so einen kleinen, aber so eine große Welle machen. Ja. Hast du mir... kannst du mir jetzt eigentlich schon auf TikTok? Ja. Oh... Machen wir ein Video rein, glaub ich dir. Fähigkeiten. Ja, nein. Und dann auch schon verlinken, oder was? Ja, nein. Aus. Ja. Na, nein. Daun ohne, daun, ne? Ja, dann geht doch. Ja, dann geht doch. Du bar raus mit... mit die Viecher. Ja, Junge. Aber an alle Mord, ich sag euch Bescheid, wenn jemanden bannen sollte, okay. Ich sag euch Bescheid, wenn ihr jemanden bannen soll, okay? Ja, nein. Ja, das geht doch. sollten besser gesagt ich sage euch bescheid ja niemanden okay jungen schon mal halb in den chat halbe stunde shopter weiß noch nicht weiß ich noch nicht ich hole mit kabri sona oder die sona was haben wir? einer weiter! einer weiter! Junge, die kommt von jeder Seite, Alter! Nick, finish! Finish, ja! Junge, da kommt dieser! Und ich, ich, Charlie! Ja, warum bist du so scheiße, scheiße, bezäglich? Ähm, links! Minigun! Ich weiß nicht, warum kann man so schlecht sein? Philipp! Wer? Entschuldigung! 2 gegen 2, ähm, kräftig bist du schnurig. Heißt du, ich bin gerade nicht los. Och, kräftig, nein! Ich kläre... Ihr Herr Antworte! Können ja wir beide gehen und die anderen immer so machen. Das wäre aber unfair. Chat, wollt ihr Public sehen oder Creative? Chat entscheidet! 1 für Public, 2 für Creative. Tim oder Philipp, einer von euch kann Dixie haben. Junge, keiner will Dixie haben, Alter! 2, 1... Great! Ich muss auch! Okay! Ciao! Ciao! Ja, Liam! Liam! Nein, Spaß Tixie! Ja, geht schon! Nein! Ne, ich wäre anwalt! Because I am a gay boy! Ja, Tim, das glauben wir dir aufs Wort! Wir sind sofort! Wenn dann... Das ist immer noch 11... Entweder Creative oder Public! 1 2 Creative, 2 bei Public! ein spaß 1 2 publik 2 markiert nein spaß dem ich wusste schon immer dass er gehe ist muss er es nicht gehen dann können wir weiter publikspielung jungs das beiztimmer in ruhe alte den armen kreativ kreativ nico bellig hallo darf man mitmachen natürlich einmal er kann es gerne ausrufezeichen ausrufezeichen epic ich würde mich trotzdem über natürlich über ein like und über ein abo freuen und natürlich die glocke nicht aktiviert vergessen zu aktivieren und natürlich darfst du mitmachen ist kein problem einfach mich erinnert mich deine fahr an und dann ja habe abo gleich glocke passt dann kreativ ja 1.2 2.3 1.2 1.2 2.3 2.3 2.3 den habe ich nun seit einem Jahr hey warte wahrscheinlich den hey den hast du dir heute gekauft oder ich schwöre drauf ich schwöre drauf Chad für welchen Skin werdet ihr eigentlich den den ich mir holen sollte also entweder Schnatter-Entee also Chad entweder würde ich mir Schnatter-Entee holen Kommando oder Prozent die Flüschige Rabauken oder Pasteller ich hab's gesehen ja warte kann nicht reden okay noch mit zwei gegen zwei oder oder alle gegen alle der weibliche Hase zwei ja Jungs das Problem ist heute ich würde mir schon holen aber wenn es dann gleich in Shop Goldschläger rein kommt da bin ich gefickt mal 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 gut gut Juni wann war ich Goldschläger das letzte Mal im Shop drinnen ja ja ich hab ich geschenkt bekommen von ehrenbruder Janik Kurs geht raus an Janik Janik hat insgesamt schon 10 Euro für mich in Fortnall ausgegeben ehrenbruder ja ich hab nur 5,53 Scheiß auf Golfi du hast genug Pig-Eggs Junge willst du gleich mal meine Pig-Eggs sehen ich hab nicht genügend Pig-Eggs außerdem keine Galen Jungs ich mach äh ich mach die One-We-One-Map rein Junge jetzt bin ich in die Scheiß-Map rein hehehe okay okay wir wollen ähm wir wollen Eggs sammeln Junge einfach leise sein okay aber ich mach ne Wolve-One-Map rein ich gönne halt ja Janik bester Ehrenmann alter ich würde Janik auch verschenken wenn ich zwei veraktivieren könnte aber kann ich nicht weil wir jetzt diesen Tag haben ich bin ich gerade nicht machen weil ich Schleiter am Tag ähm machen wir alle gegen alle ja ok oder 2 gegen 2 bei ihr ne lass alle gegen machen lag alle gegen alle aber ohne ähm ohne Kampfschrottflinte Jungs ok sonst mit allen Waffen moin ok ich hab mit Dopp gekippt auf geht's Philipp Klapp ihn äh Jungs wo's man dann kann ich ja viel ausmachen weil ich mit Dopp gefüllt ey geh ähm Dings geh wieder im Zentrum und dann geh wieder rein dann kannst du wieder und ich habe übrigens wieder neue Settings habe ich von Steel Pre geklaut das sind die besten Settings ja Steel besser Ehrenmann ich guck den gar nicht echt nicht ja ich guck den nicht selbst jetzt mag er nicht jemand von euch Standort Grill ich hab keinen Bock ich hab keinen Bock ich hab keinen Bock aber nun soll ich nicht haben wir es ich hab keinen Bock ey jetzt war es gerade oben endlich Stil hat ekehafte Lache ja aber ich feile den Typen einfach mal stream sniping oder was aber ich habe eins die 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 Okay. Pick up. Hier, einen Mord, was ich habe. Gib ihm selbst ein Ground. Beep Beep. bei jungen hier im Alter das ist ein bisschen groß sein nämlich voll katz schießen weiter was für abstauer typ schießt mich auch an ich höre ich werde ein kleiner abstaubung weiter hat und ja für die dorstauer die jungs ich bin kurz raus und zu kurz eine andere pampur und ok ich bin raus wirklich abschießen weil ich bin wieder dabei jungen wir haben uns hype in den chat sieben kommt sich nur um abend abend online oder unter der sechs alten nachts Maschalloh Haupturs wir haben ja das ist ja Jungs kann ja mal damit aufhören was es kritisiert sich kein Spiel so los ich freue mich sich kurz nicht mich kurz nicht und ich bin kurz weg okay bis gleich noch nicht ich schieße ich bin mir dabei das hat genommen Jungs hat mein 90s los Hey, hört doch jetzt auf, schreit! Ich weiß nicht! Philipp hat die so abgeschaut Nein, er lieb! Aber morgen komm ich wahrscheinlich nicht online Nein, der ist sehr freundlich Während Corona Ja, ich weiß doch Junge, du bist ein ganzer krasser, oder? Ich weiß einfach mal Ich bin in der Kollege, wenn ich was Dich mach wohl Dich mach wohl Dich mach wohl Wärst nicht gerade alles im Chat drin hin Die Leute, die gerade drin sind, die können gerne mal reinschreiben die 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 mir geht ich wollte auskommen ich nicht okay d wir beginnen das weg machen ich kann nicht ich lass mich mal weg er macht das die ganze Zeit Junge ich hab langsam keine Hoffnung aber das Fakt ab wenn man das die ganze Zeit weg macht Wann warum? ja im public kannst du es auch nicht einfach so weg machen so Tim du hast du hast ja gesagt ich hab nicht viele Spitzhacken ich hab jetzt auch nicht so viele Spitzhacken ich hab davon einige da dies geil dies geil dies geil dies geil dies geil welch ist noch geil ja das ist alles meine Favoriten können wir Team zocken äh mir ist es egal ob wir Team zocken Nico oder Creative also ihr könnt gerne entscheiden Atem können wir Team zocken Jungs können wir noch eine Runde Team zocken bevor der neue Shop kommt Döner Tasche Döner Tasche ahja ich hab grad nicht zu Bock aber bitte ja weil der Nico der Togilesch Fake hat und ich hab nur Golf das reicht mir hey es kommt keiner mehr rein wer hat sich das denn gewünscht wer hat sich das denn gewünscht ja dieser Togilesch der grad drin ist der Nico so ahja Chat macht nochmal die 300 Nachrichten voll dass wir die haben macht mal 15 Likes please voll Prozent äh ein warte ne 9 ne 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 Yo. das deutlich mit dem skin sonst ist er weg ja ich weiß nicht ob ich mein skin holen soll wenn ich warte ich hätte einfach nächstes Jahr bei Ostern das war ein bisschen ich bin siehst du gerade es ist eine Bildschirmzeit auch sechs Stunden Tiktok und so und nun gar nichts noch mehr scheiß drauf es gehen ein scheiß auf hat es geht nicht viel besser ich hatte so wie es ist Golfschläger kommt heute nicht sag euch eins wenn Golfschläger kommt Jungs jetzt dann in den Shop dann kauft mir den einer von euch okay nein ich meine immer aus dem Chat und Mots also Jungs sie können entscheidend schna also ich wäre eher für Schnatterende oder Kommando die zwei könnte entscheiden ja Kappa ne dann kaufen wir gar keinen skin der Hase Junge der Hase kostet 1500 Wibachs habe ich nur 300 Wibachs ich weiß gar nicht ob ich überhaupt die Woche überhaupt noch was aufladen kann und war es so weiblich Junge ich will mal ich habe nicht genügend Wibachs Jungs das war genau denn du brauchst du dich rein spammen ich glaube ich hole mir den männlichen Hasen oder ich hole mir diese Brechstange oder ich hole mir diese Brechstange ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht wo ist mir jetzt die Brechstange und weil die würde die Brechstange mein Skin haben ja aber guck mal Kommando Skin ich will wie nächst die sein also Jungs jetzt 1 1 für Kommando 2 für Schnatter der Hase war nicht männlich ist ich werde mir nicht den 1 für Wach 1 Kommando Kommando Boeing ja oh man hat Liam jetzt verlassen warte mal kommst du raus und verlass uns an die Gruppe hol den Hase hey Leute warum hast du verlassen Pastella oder ich hole mir Pastella Jungs oder ich hole mir Pastella ich hole mir Pastella Jungs ich hole mir Pastella Jungs aber du kommst halt einfach nur geil Emote zwei geile Emotes kannst du dir holen ich kann mit drei Geile Emotes holen naja dann brauche ich noch ab und doch lass doch jetzt schnell lass doch jetzt schnell noch ne Runde Streams Pastella der Hase würde ich sagen ja keine Ahnung Jungs Jungs ich werde so bereuen wenn ich jetzt mir den Hasenskin nicht hole ich bereue schon was du nimmst oder ja bist du bereit bist du bereit ja was hier jungs ich weiß nicht hätte ich dir holen können ich weiß nicht ob ich überhaupt noch wie was aufladen kann wenn der neue bettelpass da ist was hat jetzt so ist emilie 9 emilie noch spielen ein geld aber haben wir das machen was die gut jungen scheißdorf egal was wir sollten ich will ins kind ich finde ich sogar ja im hafen skin weiblich kann ich mit mitspielen natürlich kannst du mit spielern einfach ausrufezeichen epic in den chat natürlich kannst du mit spielern wie kein problem neid bot wo bleibt mein epic name junge neid bot alter box pvp ja können machen so er nämlich einfach aber ich glaube ja ist morgen auch noch der hasen skin ich glaube schon beim morgen ist ja auch noch oster montag oder heute heute besser gesagt was man sehr j weh keine ahnung du wirst es so bereuen weil jetzt nur scheiß skins kommen die werden haben kann ich ja aber vielleicht kommen wir wenn ich es weiter oder so ein shop emilie ältest du mich oder wenn ich es wieder kommt dann werde ich meine mutter nur noch anziehen hast du mal die stark so wenn ich es wieder ankommen ich werde meine mutter anziehen ich will mich sag euch in den neuen shop kommt jetzt renne geht weiter wenn nicht wenn wir uns alle mal treffen gebe ich so alle meckes aus okay erst einmal erst jener der hat die bilder und okay jung seid ihr mit einverstanden wenn wir uns sehen dann bezahle ich euch alle meckes jaja 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 und ich hab's schon gebetet jaja und der Zug kommt zu mir Junge ist dann der bei meiner Waffe heute oh 3 ja manche hat hat die Geschichte die Demand Kurs auf Alfer der Kurs auf öffentlich Schäden ja greift mich einfach das macht gerne alle leiter wenn ich mich selber freuen die es noch nicht getan haben spiele auch switch ach so hallo danke dem die wie geht danke dir auch Skyler nicht schon tot und auch ich hab hier einen Tresor gekillt nun mal so zu etwa hat er lieb oh mach ich schon mal okay er passt oh kann ich glaube ich bin aber auf dieser Seite ey dann hat er ja doch die Waffen oder? ne sein Team ist wahrscheinlich Handheld oder so der Typ hat die Waffen komm später du kannst die goldene Scar haben mehr kriegst du aber auch nicht ähm ich hab die Frage komm ich schock dann und ähm Schindler und ich hab einen Schock dann 3 und auf und ich hab's habt ihr hier nicht mehr mit der goldene Scar geht? ja ja oh 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 ich hab keine Jungs hype in den Chat neue Shop is da er will wie alt bist du eigentlich ich spiele keinen reißen ich bin 14 ja und sagt nicht ich höre mich an 16 ich wollte mich nicht verarschen ne ohne scheiß ich hab letzt niemanden werden teams getroffen die schätze auf 16 damit dem ich er im letzten stream gezockt hat er schätzt mich so 10 also auf dem ein bild schau ich aus wie 10 er hat sich an die 14 ich kann mir natürlich auch alle auf insta folgen das mein insta namen einfach mal alle folgen außer tim und janik august 16 8 ich bin der 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 8 615 ich hatte am 7 April ja alles gute nachträglich in mir lief ja das ist noch mal und wenn wer ich 15 jungs der typ hatte recht hat sich wirklich jemand reingeheckt alter ja der typ reingeschrieben dass das sich immer um 15 uhr um 2 uhr am 13 april in die ganze youtube account 6 und ich hatte gerade ja jungs bei hat man nicht so viel plis nicht bespollern jungs können wir dann gleich box pvp er natürlich kann bis box pvp haben problem wo kann man das eigentlich mit den ganzen siegen und so alles nachschauen ist es fort night tracker ich habe in dieser season schon über 100 teams sie gemacht chat wie findet es eigentlich wenn ich mal so werden im tagen streamer oder so guten morgens wie mal zum 7 uhr 6 uhr frühs anfangen und dann halt mal streamer hätte ich auch mal bock drauf oder nur shop stream es 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 geht es geht es geht es 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 wlan es wird und 6 nicht da was um 2 es wie sie für 14 oder was noch es hier ja aber ok das 78 Uhr weil er schließlich die meisten auf und ziehen die sich halt erst mal bei YouTube Videos rein weil wir hier und er ist kräftig er macht Christ was geht Christ Ehre dass du am Start bist Zeit um 11 auf ja ich bin halt mal dafür dass ich mal irgendwie so stream halt zum Mittag oder so mach oder halt so früh Chris was geht bei dir alles fit bei dir schade dass du nicht gestimmt hast wer ich ja weil ich halt einfach weil ich mich einfach freue weil ein geiler Typ da ist wir haben ja nur passt bei dir ja alles fest ich hoffe es muss vier morgens YouTube okay Christ was geht Jungs 10 Zuschauer danke dafür und Jungs haben endlich die 15 Likes geknackt Ehre wer noch kein like gedrobt hat macht es doch mal bitte hier mein ich dein ernst Junge Jungs macht mir noch mal musste ich musste direkt liken Ehre Chris Jungs macht mir noch mal bitte gerne die 20 Likes weil ich da will ich mich drüber freuen Liam hast du noch andere Hobbys außer Leute zu tun ich bin es mach es ich fahr hab ich alles hole mal ich die 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 hat bei denen gibt es keine Waffe und sonst waren die Waffe zu sehen. Wir sind in der Zone und die Sieg rein. Kein Schwein. Jungs? Jungs, guck mal wo ich bin. Bei Grosdorf. Oh, oh, ich wurde gepackt, ich wurde gelagert. Geh mal da. Tick kurz. Junge. Ein Sinn in meinem Leben. Dein Sinn hat sich mal wieder angeboten. Einer noch. Junge. Ach, Junge, Alter. Wir müssen bei mir zusammen streamen mit dir bis um 8 Uhr morgens. War wild. Digga, war über zwelt alt. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Stream. Hast du Bock später wieder zu streamen? Chris, ich freue mich wieder, übelst mit dir zu streamen. Chris, ich schreibe da einfach mal über wo Insta meine WhatsApp nur, aber dann kannst du mir mal auf WhatsApp anschreiben oder ja. Okay, ach so toll. Na, das, wenn ich jetzt gehen, gehe ich nicht verkaufen. Was ist das jetzt mal? Schau mal, Chris, das ist meine WhatsApp-Nummer. Kannst du mich gerne mal... Nein, zwei Freunde, ein Gedanke. Ja. Junge, Chris über ist da eher... Ja, können wir hier mal machen. Alles gut, Liam. Liam, 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 alles gut. Chill, Junge. Das ist ein Spaß. Also, ob ihr bis 8 Uhr morgens gestreamt habt. Ja, Tim, schau mal meinen letzten Stream an. Da habe ich über 5 Stunden gestreamt. 5 Stunden und 10 Minuten oder so. Da habe ich von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens irgendwann gestreamt. Was? Jungs, hype in den Chat. Ja, ne? Das fällt jetzt. Das fällt jetzt. Das fällt jetzt. Das fällt jetzt. Whoa, das fällt jetzt. Boah, boah, ist das high. Ja. An alle Leute, die im Stream sind noch kein, aber noch kein Lekt teil lassen. Lasst doch gerne mal Like und Lektion. Aber ich würde mich sehr drüber freuen. Vergesst natürlich nicht die Glocke zu aktivieren. Jungs, neue Shop. Hype. Oh, neue Shop. Oh, neue Shop. mit dem jahr von 2 bis 8 Uhr morgens jungs von mir an planet levia leviathan und jetzt nicht so mein skin jungen kalmer die schon klar planet sonde ich halte davon nicht so was unendlichkeit das geile an den skins guten Abend liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in wenigen Stunden beginnt das Osterfest um das einzigste geile von dem es gibt es halt ist weg und da liegt so eine PX dazu dann haben wir Moxie ist auch unglaublich nächster kann uns das gehen die Vorschau das ist nicht so mein skin dann Kron mhm ja Taktikoffizierin als ob der mittlerweile 500 V-Bucks kostet Junge die 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 ja derzeit noch kurz beim sieben den den Shop 3 4 so geblieben und gesagt und später werde ich mir auch die Schiegerer Bauten holen wahrscheinlich oder Pasteller ich weiß noch nicht das können wir kräfte spielen die kann ich reden es geht irgendwie nicht ich kann mal irgendwann aufhören mit seinem Headset irgendwas zu machen das nervvoll die 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 gute Nacht Janik dann stellen WAP BAM 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 ALLELUZA! gut nacht also es gut nacht janik kris bis noch da junge lieben übertreibt gute nacht an alle die gehen weil wir haben heute die supermärkte offen ich habe heute nach 100 die mit ihm die spielte gleiches gegen den kombi bt so jetzt box pvp hey gut nacht an die supermärkte nicht offen der muss mit und in die box bestellen in hoffen man kann man lieber dass sie benutzt auch golfe ich sehe hier box auch emily nein online kaufen game code shop guten abend die wir mit bürger weißt du ob wir die supermärkte offen haben weißt du ob wir die supermärkte offen haben kürzte spieße ist der jungs er kommt aus Boxfalls L1 L1 der Rost bei Kursen Junge jetzt wird die Jone Kupfer sowas an Alter Jungs Jungs ich kaufe mit kein Haarsenskin ich kaufe mit dem Rote Jade und dann Gold wieder zu Die beste Skin-Combie EO-Wes, Alter. Ja, was ich mir hole. Morgen 10 Euro und dann hole ich mir morgen erst... ... als ich mir gesagt... ... heute. Okay. Ey, wacht sie! Hör! Oh gut, sie dolle Frustige als Kleiharderin. Hey! Na! Oh man, sie ist Frustige als Kleiharderin. Ist meine Schwester, sie ist 16 hübsch? Sie ist 15. Oh ja, 15. Ist meine Schwester so oft? Oh nein, verrückte Sante. Ist meine Schwester hübsch? Ich will direkt so einen machen. Nein, es war's! Ich will sie voll, sie wird auch gern. Nein, es hält eine ganz normale Frage. Ich darf mal nicht fragen, oder was? Na klar! Na gerade! Ich bin nicht so... Ich frei habe alle darüber... ... Junge! Junge! ... auf Netz, auf den... ... die... ... eigene... ... bei 35 irgendwie... ... in den... ... in den... ... in den... ... auf der Bringer unten... ... in den... ... auftuna... ... auch Junge! ... keine Hurenzung! und das war's denn die Ehre wurde ich fahre das gleich Lobby alter und spielt mit Emily alleine Boxfeil so ein Ding ist es ich weiß nicht ob Emily echt Hard-Head Spielerin ist äh, warum hab ich keinen Schuss gekocht oh scheiße äh, dieser Gold-Segurie das ist schon so ein bisschen krass ich hab mal gesagt gut, ich bin nicht so glücklich ich bin nicht so glücklich und da könnte ich das hin nicht so glücklich sein Möchle schießt, ich hab ihn nie Joghle bin Backshop wie du musst wieder sein ach so ja Tag der eins auf diese Ah, suck, no switch. So, Emily, bin back. Bin back. Bin back, schon. Bin back, was das? Chris, du musst mir später mal was erklären. Chris, wir müssen später mal alleine zocken, dann musst du mir was bitte erklären. Okay. Schreib dich mal bitte auf WhatsApp an, weil ich kann irgendwie auf PS4 kein Video aufnehmen. Crazy Game, ich edit dich dann auch mal. Ich heiße Tim mit unterschiedenheit. Können wir machen, boah, okay. Okay. Ja, du kannst... Ja, du kannst... Ja, du kannst... Doch, Chris, ich konnte dich auch ändern. junge liam alter übertreib komplett aus screenshot gemacht endlich heute wenn ich um 9 und bin du bist so ein junge also lieben wenn du keine metz hast kannst du auch kein fordner spielen oder hier weiter junge liam alter ich möchte mal dein gesicht sehen wenn du zockst wenn er pc spielt ist nichts besonderes die können das heute war ja aber junge guck dir mal an wie juli spitze dieser season alter ja kannst du mal auf kontrolle deine es zeigen kann sich mal kurz gehen und auf kontrolle spiel so schön dass jetzt alle bei auf mich geht juli er will dies übelst krass dafür dass sie an jetzt so ich habe keine Ahnung was bei Handheld oder dem anderen Ding der Unterschied ist ist es ist was handelt ja das frage ich mich auch das 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 die das 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 was gemacht wie spielt sie auf handy oder was genau das ist wenn die beiden was so Nee, ist wie spät, ähm, Switch Oh, Junge Ja, ist ja viel durch Shops streamen und Abo zocken, ja Ich hab jetzt, ich hab auch wieder zwei neue gemacht Ey, Lieben, kannst du mich mal kurz kennen und auf Controller spielen? Ja, Junge, ich will dann endlich mal auf Controller sein Ich bin da auch nicht gut Digga, was du machst Ich bin nicht tot Nee, wenn ich bauen will, kann ich nicht bauen irgendwie Junge, gib mir jetzt den 200er Nebel, kannst du dich privat Tim Hey, bitte, ich möchte jetzt bauen können Ich möchte jetzt bauen können, Digga Sonst kann ich dich bauen Komm, bitte Aber wenn ich Abo-Treffen mache, dann ja, ich seh Chris, ich bin eh sie da Ich kann nicht bauen, Chip, Makos, ich kann nicht bauen Ich auch nicht Ich kann auch nicht bauen Ja, wegen den Kontrollerspielen und wegen den Kontrollerspielen 1 3 Wenn dann keiner kommen würde also ich würde easy kommen jetzt sollte welche dort jetzt habe ich 110 60 mits bei mir sind es morgen Danke, dass du da warst. Huch, dann gehe ich allein in Köln shoppen. Nee, Junge, ich komme. Ich wohne so zwei bis drei Stunden von der Welt, aber ich komme trotzdem, Alter. Okay, ich komme zuerst. Okay. Okay. Emily, schreib mal rein nach der Runde. Wie lange du schon Fortnite spielst, oder wie es ist denn? Ich wohne nur die Mets mehr, wollte ich nicht. Tim, bei mir ist es Spaß. Wer lebt noch? Ich nicht. Wenn es Philipp ist, dann streng ich mich doch nicht. Junge, verpiss dich, Alter. Ich habe keinen Bock auf dich, okay? Du, du, du. Du, du, du. Du bist so ein Hurensohn, Alter, weißt du das eigentlich? Als unter meinem Shop wieder wird mir überfordert gehatet. Echt? Ich muss kipp mich mal kurz, ich muss mal kurz, ich muss gucken. Nein. Das war ein geiler Hurensohn. Ich habe wieder 380 Metz. Wie schnell tue ich mir in den Metz-Waste, Digga. glaubt es geht mit langsam zu erschneinen kann ja die geschützt mich das was ich morgen manche macht sich immer wenn bei mir ein paar Leute drin 13 ich schicke mal paar Leute zu dir über das sie die 3.000 Abos voll machen und das ist so in der Katz wie verrückt wird man die Witz Ich habe das hier direkt, wie du folgt. Ja, hab's nicht gemacht. Bist du wieder auf den Controller, oder was willst du? Ich bin wieder Mock und Kastatur. Was ist der? Oh, ist Philipp? Philipp, wär's okay, wenn ich auf dich drauf geh? Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte, dann zieh ich dich mit dem Controller spielen. Hier, Liam, ich bin hier vor dir. Hier. So, jetzt kann ich mal leben. Zusehen wir auf Controller-Platio. So ein kleiner Hund. Äh, Emily, alles gut. Emily, alles gut. Äh, ich hab kein Bock, du kriegst. Ich hab keine Zerpung, hält schon Lachs. Äh, ey, Tuch. Äh, ey, Tuch. Da ist dein Schick, der Schicksal. Äh, da ist dein Schicksal. Sie ist dein Schicksal. Was ist das? Das ist der Schicksal. Was ist das? Was ist das? gerade nicht. Ja, dann gehe ich jetzt raus und spiele dann alleine. Ey, ich habe keinen Bock mehr mit solchen Hits, Digga. Was ist das? Oh, habe ich schon gesagt, ich bin der, der immer die meisten bei Netflix nur diese kleinen Hits, aber Emily, ich bin's. Emily, ich bin's. Hi. Komm, kill mich. Kill mich an und ich will zuschauen. Achso, Emily, pass auf hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ey, gib mir den Fisch, bitte. Einfach den Fisch, okay. Emily, alles gut. Ja, warum? Was hat sie geschrieben? Ja, alles gut. Ich muss wieder vier Zuschauer, passt. Ey, Philipp, spiel doch mal richtig. Was für? Ich könnte es sagen, weil... Hey, hey, warte mal, Lovel, 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 Knopf, kannst du so schocktzeigen? Ja, natürlich. Was wir wollen, was machst du? Ich zeig kurz jemandem im Shop. Doch. Lovel, Lovel, Knopf, wenn er noch nicht mein Kanal abonnierst, ich würde mich sehr drüber freuen, mein Kanal abonnierst und ein Abonnierst, wenn ich das gleich da lässt. Das ist Marcos, Junge. Junge. Was ist das so... Hä? Le? Abo, Like, Ehre, Danke. Der hat's auch... Kein Halt. Oh... Ey... Alles, ey... Ey, Philipp... Da ist... Komm mir aus... Du oder Tings. Beleidig, ey. Okay. Da, das ist... Okay, komm, du da... Das gehen wir auch schon mal drin. Schmutz doch noch die Osterskins und hier wird die Führer sind er hat die Welt mit dem Weg macht sich Spass nur für ihren jeder kann es wie es ist hier kann es sehen wie es will weil manche finden es wahrscheinlich cool dass die Skins mal wieder drin sind aber ich zum Beispiel nicht die bringt Ablachen rein und hab ihn seit Season 4 ich hab ne Idee sollen wir Kill-Duell machen ach Junge da will ich verschickt ja 2 bis 2 können wir machen was will ich mit Emily machen ok ok Chris wenn du noch im Stream drin bist wenn du ähm dann schreib mich mal bitte auf Whatsapp an ok Paul ok was machst du? ich hab nur noch 15 Akku und habe kein Ladekabel weh ähm bei der Switch uff das ist belastend ich würde ja mein Switch Ladekw geben aber ich glaube wir sind ein bisschen weit von mir weg das ist belastend das ist belastend ey Jungs ähm machen wir jetzt 2 gegen 2 komm doch vor allem Emily kannst äh wieviel Runden meinst du kannst du noch zocken? kein Plan ja komm wir versuchen halt einfach mal eine Runde ja komm wir versuchen halt einfach mal eine Runde dann machen Emily und ich und Shadow Hunters und Liam dann lass immer so ein dann lass immer so ein nein bleib hier im Kanal wie im Spielkanal wie im Spielkanal ich kann mach mir so ich krieg das mehr nicht nix äh Philipp ja ok nix äh Philipp ja ok ey Shadow Hunters und lass im Spielkanal gehen ich kann ja den Mann mehr auf dem Spiel weil wir doch von mir sitzen wo wir landen so weit zurück eigentlich hätten wir gesagt nimm mal gib gut zu dir eigentlich die krumm einfach aber dann hätten wir geschwister so einen Gegner ja bist du der scheiße aber ich das war jetzt mal einfach nur so aus Neugier vor ihm es freuen über dich ich kann ihn gucken ich weiß deiner hab ich glaube ich kann ihn gucken das war jetzt mal einfach nur so aus Neugier hat ihn nicht freuen ich kann ihn mit dem ich weiß weiß ich meine hatte ich glaube ja gut ja gut ah Emily, hast du einen Freund, jetzt einfach nur so, auf jeden Fall, ohne ich wollte schon keine Hobbys, ich wollte irgendein Mädchen, hast du einen Freund, wer hat denn, wer hat richtig lieb, ich gibt es nicht, ich komme nicht im Spielkanal, Jan, Lida, No, Leon, 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 Leon? Ähm, Liam, du bist falsch, Liam, du weißt verstand, dass du mit Shadowhunters zusammen bist, in einem Team Emelie ich kaum noch Hüte Emelie ich land hier bei dem Haus ja ich auch ich habe langsam kein bock mehr als ich bin ein 71 da ist einer lass den pushen stark emily hat sie noch einen 4 2 ich gehe von oben wenn man immer mehr kunden und das noch einer drin Junge das hat mich so abgefuckt alter das ist ja nicht hinter dir hinter die Gegner Nein Emelie nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben Junge Egal Emelie alles Gute sind wieder so welche Sprayer was ist alles gut Emelie Was soll ich? 1,1,2 ja momentan filmen wir noch Emelie ok Gute Das ich gemacht Gute Ich bin aber gewonnen Wie viel geht es habt ihr? Wir haben ein und ich glaub bist du also dem hat ja ein Tor ein gut wurde ein Emily hatte zwei jahre schützt ja 0 2 sie hat er das noch mal wir machen noch mal in der dritte nicht Jungs und zu und drei mal verabschieden sich muss nicht schon ein bisschen YouTube aber das ist klar Emily, wir können sweaty, ok? und dann haben wir wieder einen Kitz holen, die bringen das so aufstehen. Einmal nach Mainland, ok? Wir werden nicht mal in einem Land irgendwo, wo wir nach den Hinten fallen, und dann können wir die Lange halten. Aber in der Mainland, ich glaube, die werden in der Mainland gestern sofort, weil dann haben wir nicht daran gedacht, dass die da auf Main gehalten. Jungs, ihr wisst wohl schon noch, dass wir euch hören. Ja, ich weiß. Ihr wolltet nicht irgendwie Spielchat oder so gehen? Ja, Mann. Es ist gut, ich hab Sex. Okay, ich geh Spielchat. Emily, hast du den Pimoni? Nein, okay. Nein, freut mich. Hier. Ach, wie ist das? Okay, ich hab dich in Wacken. Ich bin aus, weil ich nicht beim Wacken, ich bin schnell genug, aber es ist nicht so rechtvoll, ich bin aus, wie ich mich bin. Der hat 3 CHP. Der hat 4 CHP. Der hat 4 CHP. Junge ist halt nicht so ein ehrenloser, oder? Wie viel Kiss haben die? Der Lehmann hat zwei. Emily, wie viel hast du? Hast null, okay, ja. Ich hab drei. Die müssen noch einen Kill machen, dann haben sie wieder gewonnen. Alter, oh fuck, Junge. Egal, Emily, alles gut. An die Leute, die mir im Stream schauen, ähm, könnt ihr mal bitte reinschreiben, dass ich weiß, wer ihr seid. Wie? Neun. Ja, die haben wieder gewonnen. Die kann... Ja, weil ich markiere mal Bus, vielleicht Rifen, die sich da... Ja, schau mal, die Rifen, die ist sogar noch. Emily. Emily, dann... Dann versuch den auch noch ein paar Kills abzuschauen, okay? An die weiteren fünf Zuschauer schreibt doch gerne mal rein, weil es sei, dass ich weiß, wer jetzt immer im Stream drin ist. ở quê? Nein. Nein. Emelie da unten, wo diese Handlangerkiste ist, da liegen noch Minis drin. Ich weiß nicht, ob da noch Minis drin sind, aber ich denke mal schon. Leute, ich weiß es echt nur, ihr wisst, dass gerade Ehrenaktionen von mir waren, also ihr seid dankbar davon. Ja. Obwohl diesmal nicht so schnell zu sterben ist. Was ist mit Emels los, Alter? No front, aber jetzt fühlt er sich krass, weil er dich revived hat, Emelie. Ja. Ja, die Liedkirche ist der Magenkirche. Sie werden angefangen auf der Kantein zum Rauchский Auto umziehen. Ich bin hier. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. Oh, okay. Das ist ja nicht. Ich weiß nicht, dass ich meine Konditionen habe. Und so weiter geht, haben wir uns verlängst in so einem Lied in der Tasche. Ja. Hier haben wir die Spielschule. Ja. Emily, wenn du es gerade auch übelst, kacke von dem Fall, dann tanz bitte einfach nur. Einfach bitte nur tanzen. Ja. Ja, hat der Typ gerade wirklich damit angegeben, dass die führen? Junge, die wissen immer noch schon, dass ich drei Kids habe. Und du hast die haben sechs Kids, du kannst easy noch sechs Kids machen. Ja. Ich glaube, bei denen sind die Gegner und die verlieren gerade ganz schön viel HP. Okay. Okay. Jetzt geht's. Okay. Okay. Ach Gott. Ja. Fuck ey. Hey, was ist mit Nils los? So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 lieben ist auch gerade so was der typ von der reaktion abgezogen hat ist und alle könnten gerne auf insta folgen ähm ich ja so snapchat Wenn du Snapchat hast, dann, ja, schreib mal kurz einen Snapchat-Namen noch einmal, erleg dich mal kurz. Können wir mich natürlich auch alle auf Snapchat adden, mein Snapchat-Name ist der hier. Huch, sonst kann ich das nicht wegmachen ey, so ist mein Snapchat-Name, da können ich auch adden, also Emily, du hörst mich ja, wenn du Snapchat hast, dann tanz mal bitte. Danke für 17 Likes, Jungs, 17 fucking Likes, Alter, Ehren. Wir warten noch kurz, bis die aus der Runde rauskommen. Emily, hast du Snapchat? Wenn ja, tanz mal bitte. Ja, okay, Leute, das war's mit dem... ...oder war mein Code, ich war nur kurz auf Emily... ...Emily... ...Ja. Ich kenne gerade noch eine Killrun, die ich hatte da. Lost. Geht ihr auf, oder was? Ich erkläre kurz gerade noch was mit Emily. Also Emily, wenn du Snapshot hast, dann mach mal diesen Lama, diesen Glockentanz-imod. Ja. Wenn du was hast? Wenn du Lama hast, was ist Lama? Lama-Glock, oder was? Nein, Arschwoll. Die schreibt, der PC-Spieler, die er meint auch, er will kauf. Aber wir müssen zugehen, da war schon ich ein bisschen unter... ...Emily, komm mal kurz, bitte meine Gruppe. Okay, Chat. Wenn jetzt Emily nicht mehr reinschreiben sollte, dann war's jetzt das erstmal mit dem Stream. Ich würde mich freuen, wenn ihr später alle wieder dabei seid. Wieder 0 Uhr streamen. Mein Handy-Akku ist all. Achso... ...ja... ...also... ...bis später. Ich würde mich dann freuen, wenn ihr alle wieder dabei seid. Und... ...ja... ...dann später 0 Uhr neue Shops streamen. Ja...